Ja, was ist das für welche? Was machen die da? Irgendwie machen die Buschspuren. Was ist das für ein Kessel? Plum, plum, plum. Er klopft da auch gegen. Wir kennen ihn nicht, wa? Überall Zeichen. So ein Eingebrochener, oder was soll das sein? Oh, wir sind gleich wieder sauber. Ja, wir sind wieder sauber. Schön. Ich glaube hier hoch. Hier, ja. Äh, was machen die da? Ein Ritual? Ach, da ist ein Mädchen, oder was ist das? Ja. Oh, oh. Wir müssen die retten. Scheiße. Oh, oh. Gut, dass wir uns noch nicht sehen. Schnell hier rüber. Aber wie können wir die retten? Da sind so viele. Das ist die Frage. Und warum wollen die die Opfern? Oder wollen die die Mob opfern? Oder was wollen die machen mit der? Ja, hier müssen wir runter, ne? Nein, hier müssen wir nicht runter. Und muss wieder hin. Ach, hier runter. Okay. Schneller. Wir müssen hier helfen. Los. Ah, ich hab ne Idee. Guck, wir sind jetzt sogar voller Blut. Und jetzt können wir doch... Komm, das machen wir jetzt. Oh, oh. Was sind das für welche? Ah, guck mal hier. Was zeichnet da? Äh, Kleiner. Wieder weg. Kleiner. Wir wollten da weggehen. So. Ah, guck mal. Ah. Ich hab Angst vor sowas, glaube ich. Jetzt kriegt ihr was mit uns, der Juni. Uga, Uga. Uga, Uga, Uga. Uga, Uga. Uga. Guck mal hier. Wow. Ich bin euer Gott. Uga, Uga. Uga, Uga. Uga, Uga. Uga, Uga. Uga, Uga, Uga. Uga, Uga, Uga. Uga, Uga, Uga. Komm, jetzt retten wir die. Schnell weg. Komm, Olle. Ah, die haben's gerafft. Oh, die kommen, die kommen, die kommen. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Stell die rein. Tür zu. Und Schiss. Und wir sind gesauber. Ja, wir haben sie gerettet. Juhu. Sehr schön. Mann, ist hier schnell. Und was bist du für eine? Lauf doch nicht so schnell weg. Ich will mit dir reden. Hm. Ein Boot. Aha. Mohameda. Araba. Ah. Iyadahi. Mabi hier. Ah, jetzt soll ich mit dem Boot... Okay. Die hat gesagt, wir können da mit dem Boot. Komm rein da. Ja, okay. Der kleine Junge hat eigentlich Angst vorm Boot, ne? Bisschen mit beiden paddeln, oder was? Oh, das ist aber krass. Ach, drehen. Na ja, so. Hä? Wie geht das denn? Ach so. Gar nicht mal so leicht. Ach, nach vorne drücken einfach. Ach so. Ah. Boah, das Wasser sieht doch geil aus, oder? Haben sie echt geil gemacht. Ja, hier gibt es auch eine Triff hier. Wenn man da durch den Wasserfall schwimmt. Das brauchen wir jetzt aber nicht machen. Ja, durch Wasserfall genau so wandert. So, das ist ein klein paddeln. Und jetzt der große. Ja, jetzt müssen wir nämlich hier durch. Und das wird auch nicht leicht. Speichert. Boah, ist das geil. Ich finde das Spiel cool. Das ist episch. Oh. Einwahl. Einwahl. Oh, oh. Der tut uns doch nichts, oder? Hä? Wow. Was ist das denn für ein Wahl? Hat der für eine geile Flosse? Aber die tun uns doch nichts, oder? Ich hoffe nicht. Nicht, dass sie uns umschützen, oder so. Oh, oh. Wir schwimmen mal lieber ein bisschen hier am Rand. Baddeln, meine ich. Hallo? Nein, du bleibst da. Nein, die tun mir doch nichts. Nein, ihr tut mir nichts. Zeug, 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 zeug. Huuu, das ist knapp. Ja. Der Junge muss paddeln. Der paddel, 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 paddel. Die dürfen nicht so lange hier auf der Stelle stehen bleiben. Oh, oh. Oh, krass. Gib Gas. Jetzt, komm. Ja, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Puh. Hier lang, hier lang, hier lang. Na, die dürfen uns nicht erwischen, ey. Puh, das war knapp. Puh, haben uns nicht erwischt, Gott sei Dank. Oh, nee, das sage ich nicht, das geht weiter. Oh, nein. Noch mehr. Oh, muss das sein? Nun, da lang. Komm, 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 komm. Da darf keiner mehr... Die taucht doch keiner auf, oder? Doch, natürlich. Oh, oh. Uh, geht schnell, geht. Gib Gas. Oh, nein, 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 nein. Uh, das war knapp. Oh, nein, 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 nein. Ganz rechts, ganz rechts, ganz rechts. Lass es sein, ich freue mich jetzt. Ja, aber da ist doch ein Wal. Schneller, 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 schneller. Oh, 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 oh. Nein, die haben uns nicht gekriegt, gut. Schnell, jetzt gib Gas. Ja, ja, da kannst du dich verbringen. Einmal drehen. Komm, komm, komm. Gar nicht so leicht hier mit dem Boot. Jetzt rechts rum. Jetzt hier rein. Ah, da ist ja noch ein Boot. Wieso ist hier noch ein Boot? Auf jeden Fall haben wir die gut gemeistert. Ja, genau. Oh, die schiebt mal erst mal den Boden mit voller Granate. Wird voll beladen. Jetzt klar, warum ist die so stark? Äh. Habt ihr die... Wieso sind die Fußspund von ihr so... Hä? Das war ja komisch. Darum, komm. Nein, nicht zurück. Nein. Da lang. Genau. Zack. Zack, zack. Schön. Nein. Ah, mit der Steuerung, ne? So und so. Hä, guck mal, die Fußspuren. Die... Hä? Irgendwann ist das seltsam. Ach, hier gibt's auch wieder eine Tröße hier. Ihr hört's doch bestimmt schon. Da. Eine Schildkröte. Die sucht ihre Kinder. Wir können hier eigentlich mal helfen. Ja, wir kommen gleich zu die Olle. Da ist schon mal der Erste. In der Ding. Komm. Ist denn jetzt die Rutter mit? Ja, ja. Ist ja gut. Da ist noch eine. Die müssen wir jetzt da runter schieben. Da freut die Mutter sich. Und... Tschüss. Du auch. Und... Tschüss. So, einer ist hier irgendwo noch. Den müssen wir erstmal finden. Ah, guck mal. Da oben ist er. Dann gehen wir dann mal hoch. Komm, Kleiner. Gib ihm einen Schubs. Und... Tui. Dann müssen wir eine große Junge wieder nehmen. So. Ja, und das ist auch eine Trophäe wert. Ich sag mal, ich mach das jetzt nur, weil das... Trauer hier ist, dass die armen Schülkröte nicht zu meiner Mama kommen. Dann helfen wir ihr mal. Vielleicht kriegen wir auch irgendwann Hilfe von denen. Vielleicht. Wer weiß. Und rein damit. Bitteschön, Mutter. Dann sind alle deine Kinder wieder da. Alle da. Wie schön. Gut. Weiter geht's. Jetzt können wir mal zu der Ollen gehen da. Irgendwie konnte ich mir ein bisschen koscher vor. Lauf klar. Ja, ja. Du auch, du wohl. Was? Otter? Äh, wo ist sie? Jetzt auch nicht, dass... Die ist hier hochgesprungen, oder was? Krass. Was hat denn für eine, ey? Olle, bleib mal stehen. Was ist denn jetzt kaputt? Achso. Geil hier. Ach, das ist eine Säge. Und... Äh. Was ist das denn? Ja, ich weiß, eine Säge. Aber ich will es mal da oben gucken. Ich glaube, da gab es auch noch eine Trophäe, wenn man da auf den Balkon... Äh... Balkon war schon... Auf dem... Hier runterguckt, glaube ich. Ich glaube, da gab es auch noch eine Trophäe für. Wenn man die Wale beobachtet. Juhu, spring mal. Alle. Achso. Cool. Dann schnappen wir uns mal die Säge. Achso, wir müssen sägen, oder was? Äh. Wie geht das denn jetzt? Achso, drehen. Achso. Bumpel. Nehmen wir jetzt die Säge mit? Ja. Ja, wir müssen jetzt die ganze Arbeit machen. Und die Olle, die bleibt doch stehen. Ich glaube, ich spinne. Komm, wir sagen die Olle durch. Geil hier. Ja, ja. So. Jawohl. Alter, aber schubt die mich da fast weg. Sie do... Alter. Wie schnell ist die denn? Was ist mit... Die ist von dich jetzt richtig. Krass. 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 Hammerhart. Wo will die mit uns hin? Das ist hier die Frage. Ich glaube. Ja. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020